Aspendos ist eine beliebte Touristenattraktion in der Türkei mit seinen gut erhaltenen Amphitheater und erstaunliche Ingenieurleistungen. Die Geschichte von Aspendos beginnt mit der Legende von Troja. Antike Quellen erzählen uns, dass ihre Gründer waren Flüchtlinge auf der Flucht von Troja ist Zerstörung nach Rumir. In diesem Video werden Sie alles, was Sie wissen müssen über den Besuch der antiken Stadt Aspendos in Antalya. Das Theater ist einer der besten Orte um die Atmosphäre der Antike. Die Architektur, umgeben von der Bühne und Sitzreihen, ist ziemlich beeindruckend. Sobald Sie Erfahrung die akustischen Eigenschaften dieses Ortes, Sie werden begeistert sein. Die meisten unvergessliche Momente in Aspendos kommen aus ihrer Fantasie. Denken Sie nur an die Menschen, die gefüllt sind diese Sitze vor 2000 Jahren und Sie können hören, dass ihre Scherz. Ein Besuch in Aspendos ist nicht komplett ohne die Besichtigung der Reste der alten Aquädukte. Diese Säulen und Gewölbe sind teils stehend hinter einem kleinen Hügel, wo die Theater verwendet werden. Die Struktur war ein Teil eines 25 Kilometer langen Wasserkanal, das gelieferte Wasser an der Stadt Aspendos. Nur über den Weg aus dem Theater, Sie können sehen, die Ruinen des antiken Stadions. Wie Sie zu Fuß entlang der Pfad zwischen ihm und dem Theater und klettern auf den kleinen Hügel, erreichen Sie einen Hügel mit Ruinen von anderen wichtigen Strukturen in Aspendos, einschließlich einer Agora, Marktplatz, der Basilika, eine Assembly Building und Buleuterion der Stadt, Senat. Eingang, Besuchszeiten sind in Anlehnung an die Jahreszeiten. Sommer, 8 Uhr und 0 Minuten bis 17 Uhr und 0 Minuten. Tickets, Eintritt, türkische Lira 5,3 Dollar. Touren, Sie können sich die täglichen Touren regelmäßig abflug von Antalya. Aspendos befindet sich im Dorf von Belks, etwa 50 Kilometer östlich von Antalya as City Center. Um dorthin zu gelangen, verlassen Sie Antalya mit dem Auto und fahren Sie nach Osten für etwa 40 Minuten. Es ist einfach, ein Auto zu mieten in Antalya. Von Antalya Terminal, Sie können nehmen Sie den Bus nach Serik. Dann finden Sie Kleinbusse Abfahrt für Belks zu erreichen Aspendos. Während des Römischen Reiches, es wird angenommen, dass Aspendos eine berühmte alte Stadt in Kleinasien gegründet von Überlebenden der legendären Stadt Troja. Mopsos war der Führer dieser Gruppe, Pamphylien war in der Region, wo sie sich niederließen. Das Theater und die Aquädukte, waren Teil einer Geschichte über den König von Aspendos. Die Geschichte besagt, dass zwei Brüder wollten Freiern von der Prinzessin, die der König versprochen, seine geliebte Tochter zu werbauen könnten, die die meisten nützlichen Arbeit für seine Stadt. In einem harten Wettbewerb, ein Bruder baute das Theater, während die anderen bauten die Aquädukte. Obwohl das Wasser war mehr wichtig für die Stadt, während der Eröffnung der Theaterprojekt der König saß auf der obersten Zeile, gehört eindeutig der Architekt flüstern von der Bühne. Er sagte, ich verdiene deine Tochter. Die Bedeutung von Pamphylien wuchs, als Rom sein Territorium erweiterte über das Mittelmeer. Während des zweiten und drittes Jahrhundert, in Asia Minor wurde zu einem der reichsten Teile der Welt. Die Pracht von Aspendos, aus dieser Zeit, noch gesehen werden kann, in seiner atemberaubenden Theater. Die Inschriften auf der Struktur zeigen, dass es wurde entworfen und gebaut von Zenon, einem Architekten, zwischen 138 und 164, dessen Zuschauerkapazität von schätzungsweise 12.000 bis 15.000. Einer der wichtigsten Gründe für seine gute Zustand der Erhaltung ist, dass es im Gebrauch blieb, nachdem das Reich fiel. Im Mittelalter wurde er mehrfach restauriert und für verschiedene Zwecke verwendet, wie eine königliche Residenz oder Karawanserei.